Hallo und herzlich willkommen zur Weekly Extreme Challenge. Diese Woche geht es in den Abgrund runter und ihr seht es, ja was soll ich sagen, diese Woche ist es ein bisschen eklig. Also der Anfang ist wirklich eklig, weil es kommen sehr oft diese Stampfer. Ich zeige sie gleich noch mal und die kann ich eigentlich überhaupt nicht leiden. Hier am Anfang geht es eigentlich noch die ersten 200 Meter. Ist noch alles ziemlich okay und jetzt beginnt es dann ganz langsam. Hier kommt schon der erste, den ich meine. Von denen haben wir drei jetzt direkt hintereinander fasst und das macht die Weekly Challenge einfach nur lästig, die Extreme. Ja ansonsten ist es eigentlich recht einfach. Das heißt bis zu 1000 Meter solltet ihr eigentlich keine Probleme haben. Ich sage euch aber noch mal die die paar schwierigen Stellen. Eigentlich auch wieder nur die Bumper treffen. Ein bisschen aufpassen und dann sollte das alles kein Problem sein. Hier die Ringe kennen wir ja schon. Das heißt hier einfach auch wieder den langsamen Flattermann machen. Hier können wir wieder schnell durch. Hier springen wir auch wieder auf den Bumper. Und dann kommt schon noch mal so ein Ring. Das heißt wir fliegen langsam runter. Hier können wir auch einfach springen. Aber sicher ist das natürlich einfach wenn man den Flug halt eben macht. Ja ich lasse mich immer so ein bisschen abdriften damit es nicht ganz so lange dauert. Hier ist wieder eine kurze Pause bei denen. Das war die 600 Meter Pause ungefähr. Und das kennen wir ja auch schon. Wenn er gerade aufmacht dann schnell durchfallen lassen. Und dann sollte das alles gar kein Problem sein. Die Looms beachten wir beim freien Fall überhaupt nicht. Die bringen uns eigentlich nichts. Beziehungsweise manchmal legen sie einfach ab von dem Geschehen drumherum. Die Ketten hier je weniger wir uns laufen lassen desto weniger haben wir so eine seitliche Beschleunigung. Und desto einfacher ist es zum schaffen. Das hier können wir auch einfach durch schwingen lassen immer. Und danach einfach hier auch wieder. Dann bekommen wir hier eine kurze Pause. Hier auch kommt wieder ein Seil. Wir säen es uns an. Dreimal mehr. Das heißt direkt runterfallen lassen, dass wir keinerlei Seitenbeschleunigung bekommen. Und dann haben wir dieses Problemchen auch geschafft. So hier kommt jetzt noch mal ein. Ich habe ihn gesehen. Dann können wir uns gleich anspringen. Und rüber. So jetzt schauen wir. Hier kommt wieder ein Rad ganz an den Rand. Dann sollte uns nichts passieren. Der hier ist mies. Weil wir müssen einmal kurz schlagen. Damit wir einfach diese seitliche Beschleunigung aufhalten können. Damit wir hier schaffen. Schaut euch einfach noch mal ganz kurz auf dem Gamepad an. Und seht ihr es ist eigentlich auch recht einfach. Die Augen können wir auch wieder durchspringen. Wichtig ist hier einfach im Schweif können wir hinten stehen. Aber nicht vorne am Auge. Also wenn möglichst immer knapp hinter ihnen sein. Dann schafft man das. Hier kommt wieder Seile. Das heißt direkt runterfallen lassen. Den kennen wir auch schon von gerade eben. Hatten wir vorher. Dann hier wieder auf dem Bumper. Möglichst wenig am Seil verbringen. Ja. Gleich noch mal einen. Tack. Und runter. Wenn wir hier zu lange warten und uns wieder abstreifen lassen, dann bekommen wir da wieder ein Problem. Hier nehmen wir auch wieder den Bumper. Gehen allerdings gleich wieder in den kontrollierten Fall. Dann sehe ich hier die Augen und denke mir. Ja gut. Dann müssen wir halt ein bisschen schneller durchspringen. Aber wenn wir das geschafft haben, kriegen wir wieder einen einfachen Teil. Das heißt hier einfach nur ein bisschen durchs Labyrinth durch. Sollte eigentlich kein großes Problem sein. Dann hier über die Rutsche. Kennen wir auch. Und jetzt kommt der Dickdarm. Wie ich ihn nenne. Weil er sich immer so komisch bewegt. Hier einfach nur ganz langsam gemächlich durchziehen. Kein Problem. Und jetzt kommen die ekligen Augen. Und hier heißt es sehr, sehr stark aufpassen. Und hier war ich ein bisschen soweit früh. Ich werde es allerdings diese Woche noch mal probieren. Um einen besseren Platz zu machen. 1.300. Das sollte man eigentlich noch ausbauen können. Ich danke euch aber vielmals fürs Zuschauen. Und wünsche euch viel Glück beim Selbermachen. Und wenn es geklappt hat, dann gebt ein Like. Und ansonsten sehen wir uns gleich dann morgen zur nächsten Daily Challenge. Ich wünsche euch was und bis dann. Ciao.